Seit 87 mache ich bereits diese Kräutergeschichte, Kräutergewürze-Tees. Nach meiner Ausbildung bin ich früher auch auf Märkte gewesen, habe mir teilweise Kräuterläden angeguckt, die sehr viel mit Heilkräutern auch gearbeitet haben. Es hat mich irgendwie fasziniert und habe mir gedacht, nach meiner kaufmännischen Ausbildung, du willst was anderes machen. Dann bin ich nach Hamburg gefahren, zur Hamburger Gewürzmühle, habe mir diese Gewürzmühle angeguckt und es hat mich fasziniert und bin dann angefangen bei denen, eine kleine Menge erstmal so wahllos erstmal was einzukaufen, um einen Start zu machen auf dem Markt. Sprechstoff, der Podcast mit Holger Bernhardt. Lass uns drüber reden. Wusstet ihr, dass Safran das teuerste Gewürz überhaupt ist? Harissa aus der nordafrikanischen Küche nicht wegzudenken ist und dass es eine grobe Gewürzzubereitung für regionales Jägermed gibt? Ralf Järwan hat sie alle. Die Rede ist von Kräutern und Gewürzen aus aller Welt. Über tausend verschiedene Sorten hat der Werler nach eigenen Angaben in seinem aromatischen Angebot. Vor einem Jahr eröffnete er im Zosterstadtteil Osttönnen seinen Laden an der alten B1 mit dem klangvollen Namen Tausend Kräuter. Früher hat er gemeinsam mit seiner Frau Kräuter und Gewürze auf Wochen- und Weihnachtsmärkten verkauft. Nach über 40 Jahren ist der 57-Jährige nun sesshaft geworden. Während sich der Kräuterexperte um seinen Laden an der Werler Landstraße kümmert, betreibt sein Sohn Benjamin den Online-Handel als Hauptumsatzbringer. In der fünften Episode von Sprechstoff sitzt mir der Meister der Gewürze gegenüber. Für ihn sind Kräuter und Gewürze sprichwörtlich das Salz in der Suppe. Ja, mein Name ist Ralf Jervan. Ich bin Urgestein-Westönner-Werler sozusagen und bin 57 und mache eigentlich mein Leben lang Kräuter, Gewürze, Tees sozusagen im Verkauf. Auf Märkten, Wochenmärkten habe ich früher gemacht, Kirmes, Krammärkte, Messen, eigentlich alles, was es so gibt in Nordrhein-Westfalen. Stehen hier wirklich tausend Kräuter zur Auswahl? Also es sind mindestens tausend, würde ich sagen, denn Sie müssen davon ausgehen, erstmal gibt es von, gerade bei Heilkräutern ist es ja so, Sie haben ja nicht nur, sage ich mal, Brennnesselblätter, sondern wir haben Brennnesselwurzel, wir haben Brennnesselsamen oder Löwenzahn, Sie haben Löwenzahnkraut, Sie haben Löwenzahnwurzel, Sie haben Löwenzahnblüten. Und selbst wenn dann, sage ich mal, auf der Internetseite ein Produkt steht, sind es meistens auch in verschiedenen Variationen noch da. Aber selbst das, was wir hier haben, ist lange nicht alles. Es gibt noch viel, viel mehr. Wie viel gibt es denn insgesamt? Ach, das kann ich Ihnen nie sagen. Also ich merke nur immer selber, dass Kunden reinkommen und entweder kommen sie mit ihrem lateinischen Namen oder haben dann eine bestimmte Pflanze, wo ich selber noch nicht gehört habe, wo ich dann selbst erstmal bei meinen Importeuren dann in dem Lexikon gucken muss, was ist das, wo ist das. Und muss erstmal nachforschen, die ist auch überhaupt frei verkäuflich. Das ist ja auch immer wichtig. Aber da gibt es so viele Kräuter, das ist Wahnsinn. Also auf jeden Fall haben Sie hier an der Werler Landstraße ein riesiges Angebot an Kräutern. Wo kommen die Kräuter denn her? Die wachsen ja nicht hier im Wald. Das ist eigentlich, also das meiste kommt international, aus allen möglichen Ländern. Viel aus Asien, Mexiko, Brasilien. Eigentlich da, wo es wächst im Prinzip. Wer oder was hat denn die Liebe zu Kräutern bei Ihnen geweckt? Ja, wie gesagt, ich bin damals, habe ich mir gedacht, du willst was Schönes machen, außer nur im Büro zu sitzen. Und dann hat mich das eben fasziniert, wie viele Gewürze es alleine gibt. Am Anfang habe ich nur Gewürze verkauft, Gewürzmischungen. Und naja, man hat dann halt auch mal probiert und gekocht und so gekocht und so gekocht. Alle Variationen und festgestellt, wie viel Geschmäcker es eigentlich gibt. Und ja, so habe ich mich da reingefuchst. Genau. Sie erzählten was von der Hamburger Kräutermanufaktur. Waren die damals als Einzige auf dem Markt oder gab es da noch andere? Nein, nein, es gab es noch mehrere. Ich habe halt im Internet mal nachgeschaut und geguckt. Und das war halt die nahbarste Firma da oben, weil vieles kommt ja von Hamburg, gerade Gewürze und auch Tees, Schwarzteesorten. Da gibt es sehr, sehr viele Firmen. Und die Hamburger Gewürzmühle, das ist, da kommen die halt vom Schiff, die mit Container und Riesenhalle mit allen möglichen Säcken. Damals gab es noch 80 Kilo Pfeffersäcke, so gute Säcke noch. Und naja, da habe ich dann die ersten Jahre meinen meisten, also den größten Teil meiner Gewürze bekommen. Genau. Also früher haben Sie ja Gewürze verkauft und mittlerweile gibt es ja bei Ihnen auch Heil- und Gewürzkräuter. Wo verläuft da eigentlich die Grenze? Ja, eine Grenze gibt es da, wo es eben nicht frei verkäuflich ist, apothekenpflichtig. Und es gibt ja auch viele giftige Pflanzen. Sagen Sie mal ein Beispiel. Naja gut, gefährlich wird es bei Rhabarberwurzel oder Sennesblätter, Senneschoten, da müssen Sie schon aufpassen. Da darf man also, wenn dann nur in kleinsten Mengen, es kommt ja auch viel auf die Dosierung an, und manche Sachen sind eben halt auch apothekenpflichtig. Also die Dosis macht das? Ja, ja. Aber was macht man denn mit einer Rhabarberwurzel? Rhabarberwurzel wird normalerweise genommen, wenn sie zum Beispiel, früher gab es diese Heilkräuterfrau Maria Treben oder Hildegard von Bingen, die haben immer Rhabarberwurzel in eine Mischung angesetzt. Und gerade wenn Leute Magen- und Darmprobleme haben, dann wirkt das auch sehr stark abführend, wenn man zu viel nimmt. Da vernößt uns dann nur kleinste Mengen. Aber das ist zum Beispiel eine Wurzel, die ist apothekenpflichtig. Die darf ich also hier auch nicht vertreiben. Sie dürfen ja auch keine Aussagen machen, gegen was irgendein Kraut gewachsen ist. Die Hildegard damals, die durfte das, aber Sie dürfen das nicht. Nein, 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 darf ich nicht. Also im Prinzip, wenn, dann dürfte ich nur, wenn wirklich was wissenschaftlich belegt ist, wo ich beweisen kann, hier ist jetzt ein Bericht, dass es eine Heilwirkung hat. Dann darf ich sagen, so wie jetzt momentan Kurkuma Ingwer wurde wissenschaftlich belegt, dass es eine Heilwirkung haben soll. Herzhaft oder süß? Welche Kräuter passen denn zu welchen Gerichten? Naja, süßlich ist eigentlich alles so, was so indische Gewürze sind, wie Curry, Kurkuma, Ingwer, Koriander, diese Sachen. Muskatblüte zum Beispiel statt Muskatnuss. Das ist ein ganz feines Gewürz. Ja, und Herzsaft natürlich, die ganzen scharfen Sachen. Da können Sie bis hin gehen, Jalapeño, Habanero oder auch so Sachen wie, ja gut, die ganzen Pfeffersorten. Es gibt ja zig Pfeffersorten. Da können Sie richtig herzhafte Sachen mitmachen. Oder auch verschiedene Paprikasorten. Sagen Sie mal ein Beispiel zum Pfeffer, was es da so gibt. Naja, es gibt halt diesen zum Beispiel, was viel jetzt nachgefragt wird, dieser kambodschanische Pfeffer aus Kambodscha. Der hat halt noch intensiveren Geschmack durch sehr viel ätherisches Öl. Das ist zum Beispiel sowas. Wenn ich jetzt zu meinem Lieblings-Indo gehe, dann kann ich ja in drei verschiedenen Stufen bestellen. von Schärfegrad. Eins, zwei und drei. Drei ist ja kaum für den europäischen Gaumen aushaltbar. Bedeutet das, je schärfer das Gewürz ist, desto gesünder? Oder warum machen die Inder das? Naja, gesünder. Also Scharfessen ist nur gesund, wenn man keine Magenprobleme hat. Sag ich mal so. Im Prinzip ist scharfes Essen gesund. Und nur, da muss man aber auch wirklich keine Magenprobleme oder sowas haben. Und wir Europäer, wir können höchstens die normale Schilif, sag ich mal, eigentlich vertragen. Aber sobald dann Habanero oder noch schärfer geht, diese ganz scharfen, wo es ja dann in Einheiten festgelegt wird, da kommen dann eher so die jungen Leute, die ihre Challenge da machen. Sowas kommt ja auch vor, dass sie dann das Schärfste haben wollen, was es gibt. Haben Sie das? Ich habe es nicht. Ich bin am Überlegen, ob ich das einführen soll oder nicht. Aber wenn ich da manche Berichte höre, was die Jugendlichen damit machen, wenn das im Prinzip missbrauchen eigentlich, dann denke ich, ja, weiß ich nicht. Wie mache ich denn am besten Kräuter haltbar? Also, wir haben ja in erster Linie, oder wir haben eigentlich alles getrocknete Kräuter. Also ich biete keine, keine frischen. Früher auf dem Markt, da habe ich dann schon mal, sag ich mal, den Bärlauch aus meinem Garten mitgenommen. Frisch, ne? Ja, weil ich da so viele hatte. Nein, aber wir haben getrocknete Kräuter. Ja, ansonsten ist es immer gut, mit Olivenöl einlegen. Die werden gefriergetrocknet? Nein, luftgetrocknet, es gibt gefriergetrocknet, aber meistens ist luftgetrocknet. Gibt es denn Tricks, ausschließlich die Aromen aus den Kräutern zu ziehen, zum Beispiel für Soßen oder Süßspeisen? Ja, ich empfehle immer, das mit dem Öl zu machen. Richtig in Öl einlegen und das zieht ja dann den Geschmack an. Und wie lange bleibt das dann haltbar? Also, wenn Sie das, also im Öl, Sie können es bis zu einem Jahr aufbewahren. Kein Problem. Sie haben ja auch viele Kräutermischungen. Gibt es auch etwas typisch Regionales hier? Ja gut, Kräutermischungen. Es gibt, ja gut, dieses normale Kräuterbuttergewürz oder sowas. Jägermit ist aber eine Gewürzmischung in erster Linie. Was ist Jägermit? Das ist so eine Gewürzmischung mit Pfeffer, Paprika. Da ist allerdings auch etwas Kümmel drin, aber nur dezent. Schmeckt aber eben, kann man eben zu dem, wenn Sie Mettbrötchen kaufen oder Mett zubereiten, geben Sie ein bisschen von dem Mettgewürz bei. Schmeckt hervorragend. Also das hat aber nichts mit den Jägern hier zu tun, die das bei Ihnen bestellen und dann... Nein, 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 das ist halt die Mischung dazu. Es kommt von einer namhaften Metzgerei, wo ich das herbekomme. Die für Metzgereibetriebe diese Gewürzmischungen herstellen. Ihr Sohn kümmert sich ja um den Online-Shop und Sie sind im Laden. Klappt die Zusammenarbeit? Ja, das klappt hervorragend. Wir ergänzen uns eigentlich. Was ist denn... Also im Prinzip, das Internetgeschäft kann ich alleine sowieso nicht machen, weil mein Sohn, der hat das, der hat gelernt, wie man eben programmieren kann, wie man die Internetseiten aufbauen kann. Und der ist zwar nicht da, aber er arbeitet sehr viel im Hintergrund. Denn das ist sehr viel Arbeit, gerade im Internet. Aber das ist auch Ihr Hauptgeschäft, der Vertrieb übers... Ja, ja, das ist Hauptgeschäft, ja. Aber die Kombination hier mit dem Laden, das ist einfach ideal, ergänzt sich wunderbar. Weil die Leute auch entsprechend Tipps brauchen und Beratung. Ja, das ist so wie früher eben auf dem Markt. Ich meine, so zwischenzeitlich hatte ich ja nur das Internetgeschäft. Das ist natürlich sehr unpersönlich. Und ich merke halt hier in dem Laden, die Leute kommen wirklich rein. Und also ich habe das Gefühl, die sind alle irgendwo... Ich habe das Gefühl, ach, endlich mal wieder sowas wie früher, wo du hingehen kannst. Kannst stöbern, kannst... Ich lasse die Leute ja auch immer hier erstmal in Ruhe. Weil die wollen wirklich gucken, stöbern. Und ja, und dann kommen irgendwann die Fragen. Ja, was, wie und wo. Und ja. Oh, das ist ja hier ein Potpourri an Gerüchen. Gibt es, so wie in einer Parfümerie, die Möglichkeit, das zu neutralisieren? Vom Geruch her. Die halten ja ihre Nase in Kaffee. Ist das hier auch so oder braucht man das nicht? Ja, gut, das könnte man so machen, ja. Aber ist nicht zwingend erforderlich? Nein, nein. Also man kann manche, sage ich mal, bei Gewürzmischungen... Hier mache ich das nicht. Aber früher auf dem Markt habe ich das gemacht. Da habe ich so ein paar bestimmte Sachen, die konnte man so mal probieren, ne? Wirklich, also... Und dann auch gleich schmecken, wie würzig dann sowas sein kann, ne? Aber hier ist, ja, ich selber rieche ja nicht mehr so viel, ne? Was unterscheidet Sie denn von anderen Gewürzläden? Ja, ich glaube, diese Kombination ist einfach... Wie gesagt, ich bin früher nur angefangen mit Kräuter, Gewürze. Dann haben wir aber eben diesen Sachkunden-Nachweis und alles gemacht, was wir für die Heilkräuter ja brauchten. Und dann sind wir eben mit Heilkräuter angefangen. Wir haben eben Gewürze, wir haben Heilkräuter, das geht dem überein. Und durch die Heilkräuter sind wir dann natürlich auch gekommen zu Kräuterbonbons, Salben oder diese Aloe Vera-Geschichten, wo alles auf Naturbasis aufgebaut ist. Was ist denn für Sie das Besondere an Gewürzen? Ja, die Vielfältigkeit, ne? Sie können... Es gibt so viele Geschmacksrichtungen, ne? Das ist einfach faszinierend, ne? Also Gewürze sind das Salz in der Suppe? Ja, im Prinzip, ja, auf jeden Fall, na klar. Kann man denn auf Salz verzichten aus gesundheitlichen Gründen und dafür Kräuter und Gewürze einsetzen? Ja, Sie können Salz, also oft kommen ja Leute rein, die wollen ja wirklich Salz am Essen. Dann sage ich im Prinzip, nehmen Sie ein gutes Kräutersalz, wo entweder wenig Salz drin ist oder Sie nehmen zum Beispiel ganz viel Liebstöckel-Maggie-Kraut. Nicht diese Flaschen-Maggie, sondern das Kraut nehmen und davon halt ein bisschen mehr nehmen und da können Sie dann kombiniert mit Petersilie oder Korianderblätter, da können Sie so diesen Salzgeschmack so ein bisschen ersetzen. Sie haben ja einen Genussladen hier. Gibt es da auch noch andere Spezialitäten? Andere was? Sie haben ja einen Genussladen hier. Haben Sie auch noch andere Spezialitäten? Achso, ja, Spezialitäten. Wir haben besondere Kaffeesorten. Wir haben Öle. Wir haben jetzt Olivenöl aus Kreta von so einem Bauern. Das wollen wir jetzt auch noch weiter ausbauen, indem wir halt das Olivenöl mit Knoblauch machen oder mit Basilikum oder mit Rosmarin. Das werden wir jetzt die nächsten zwei Wochen machen und einführen. Dann habe ich gerade diese Kurkuma-Geschichte ist ja im Moment ein Thema, auch mit der goldenen Milch. Das ist ja so eine Mischung, wo die Leute sich, also so eine Kur machen, wo die wirklich einnehmen. Und Kurkuma gibt es dann halt auch als Tinktur oder als Kapsel oder in Tablettenform. So was. Ja, was haben wir denn noch? Ich habe jetzt beim letzten Mal von Ihrer Mitarbeiterin, die ja wohl aus dem Iran kommt, so eine Süßspeise probiert. Bieten Sie sowas regelmäßig an oder ist das einfach zufällig? Nein, das war jetzt nur zufällig. Aber sie ist Kurdin, die kommt aus der Türkei. Ja, genau. Okay. Wie ist das denn mit diesem Öl? Normalerweise nimmt man ja für Gewürzmischungen kein Olivenöl, weil es ja einen Eigengeschmack hat. Ist da nicht Rapsöl aus der Region besser? Das können Sie auch nehmen, ja. Aber das Olivenöl macht es halt sehr intensiv. Also wir waren jetzt diesen Sommer auch da unten im Urlaub und wir haben dort also wirklich diese Olivenöle mit Kräutern probiert. Und das schmeckt hervorragend. Mit so ein bisschen selbstgebackenem Brot wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Das wurde dann mit Brot, konntest du das dann testen. Haben Sie ein persönliches Lieblingsgewürz? Ja, eigentlich mehrere. Also natürlich Café de Paris, das kennen ja viele. Das ist eigentlich diese französische für Kräuterbutter, aber das nehme ich grundsätzlich. Wenn ich Salat mache, wenn ich einen Eintopf mache, Gemüse, würze ich alles mit Café de Paris. Was ist da drin? Das ist so eine Kräutermischung mit Basilikum, Oregano. Oh, da müssen Sie jetzt genau nachgucken, was da drin ist. Also schmeckt aber einfach lecker. Ein riesiger Blumenstrauß an Gewürzen. Ja, ja, das ist so eine richtige leckere Mischung. Oder eben halt dieses Amerikosteekgewürz. Man sagt auch Rum und Honigpfeffer, weil das so ein bisschen so einen leichten, da ist jetzt kein Rum und drin auch kein Honig, aber die Mischung ist so, dass es leicht süßlich auch schmeckt. Ist ein Steakgewürz, aber nicht nur für Steaks. Das nehme ich für alles möglich, was mit Fleisch zu tun hat. Ist ein bisschen Meersalz mit drin. Oder auch bei, nämlich wenn ich eine Salat-Dressing-Soße mache, dieses Café de Paris. Und dann nehme ich diesen Rum und Honigpfeffer statt Pfeffer. Und das schmeckt hervorragend. Verraten Sie noch das Geheimnis, was hinter dem teuersten Gewürz der Welt steckt? Das Geheimnis, Sie meinen, warum es so teuer ist. Und was ist es? Naja gut, das ist halt die Safran, wo diese Krokus-Art, und da haben sie halt diese kleinen Fädchen. Die müssen alle von Hand gezupft werden. Wie viel braucht man denn davon? Naja, wenn Sie, sag ich mal, das habe ich, finde ich, ein Gramm, da sind schon so 50, 100 Stück von diesen Fädchen drin. Ja. Und das nutzt man dann, um den Reis gelb zu machen oder die Hühnersuppe so gültig zu machen? Ja, das hat ja einen ganz gewissen Geschmack. Machen Sie mal eine Süßspeise mit Safran. Das ist sehr, sehr lecker. So, zum Schluss unseres Gespräches stehen ja mal wieder 40 Impulskarten im Raum. Ziehen Sie bitte eine Karte, lesen diese vor und beantworten Sie spontan. Was möchtest du bis zu deinem nächsten Geburtstag können? Naja, am besten mehr durchschlafen. Okay, Herr Jawad. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Wünsche Ihnen allseits ein gutes Händchen für die Auswahl der Gewürze und Kräuter. Und alles Gute. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Danke, bis zum nächsten Mal. Okay. Tschüss. Tschüss. Das war Sprechstoff, der Podcast mit Holger Bernert. Das war Sprechstoff, der Podcast mit Holger Bernert. Und alles Gute. Das war Sprechstoff, der Podcast mit Holger Bernert.